Tag, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live. Ich habe mal den Ton ein bisschen leiser gemacht, weil ich habe beim Dings bemerkt... Oh, das ist immer noch ziemlich laut, oder? Warte mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel... ...muss sensieren... Ähm... Warte mal. Ist das... Ja, genau. Das ist immer noch laut. Warte, kann man hier mittendrin auch... Na, auf der nächste Runde mache ich das dann wieder ein bisschen leider. Mach ich mal sinkhole. Ich habe ein bisschen mich gelabelt. Bisschen. Äh, ganz schön. Hm, mach ich mal so. Oh, ja. Hinde hin. Hinde hin. Komm. Okay, warten jetzt. Jetzt ist er perfekt auf die... Ja. Digga. 23. Okay. Hä? Achso. Er merkt sich da ein Dings. Hier. Nice. Okay. Ja. Geil. Mist. Mach ich mal... Cat. Cat. Oh, nee. Okay. Okay, schade. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ah, nein. Naja. Kann man nichts machen. Oh. Und der... Hey. Okay. Der hat gesessen. Ich brauche nie was. Hier, Flasher. Ist mir ein bisschen schade irgendwie, weil der ist echt cool. Ach, scheiße. Oh. Ein bisschen... Habe ich so ein Tumor noch? Man. Schade. Ich bin zu blöd zum Zielen. Was macht der? Oh, je. Hm. Mach ich so. Feier. Der müsste eigentlich ankommen. Laut meiner Berechnung. Ähm. Nee, Option kann man hier wirklich nicht mitnehmen. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja, ey, cool. Danke für ihn nichts. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen... Ja, glaube ich, perfekt, ne? Okay. Danke. Hat er mich ein bisschen verstellt, ne? Ja. Weißt. Ich versuche. Ja. Nein. Mann. Das gibt's nicht. Okay. Mann. Schein. Gleich so. Äh. Okay. Hm. So. Wer hat der? Oh. Sniper. So. Feier. Okay, komm. Das schaffen wir noch. Ja. Los. Muss ich auch ein bisschen leiser? Ja. Ein bisschen. Möchtest du? Dann, zweite Runde. Wird ein bisschen leiser. Okay. Was? Was? Warum? Ich hab nur einmal kurz. Hey. So. Okay. Okay. Oh. Aua. So. Los. Wenn das jetzt nicht trifft. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Weil, ey. Dann bin ich zu blöd. Für das Spiel. Ach so. Oh. Die haben mit. Okay. Dann mit dieser scheiß. Wolke. Da. Mit Windschatten. Okay. Stomp. Let's take my back row. Let's go. Null. Okay. Back row. Das ist nicht das wahre. Weiß nicht. Einfach einbauen. Ist blöd irgendwie jetzt alles. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht in den blauen Portal rein. Ja, Mann. So eine... Was ist das für ein... Was spielt denn heute mit Windschatten noch? Ja. Ja. Okay, danke, dass du mir den Weg freigemacht hast. So. Oh, ihr habt ganz schön viel Windschatten. Ich würde sagen, nehme ich mal einfach bloß. Mann. Was? Mann. Was ist das denn? Ah, ah. Das ist doch alles hier blöd. Ja. Ey. Noch nie gesehen, dass jemand mit Windschatten spielt. Okay. Es ist doch noch Mino oder so weg. Geil. Hm. Ein bisschen. Okay. Ja. Okay. Perfekt. Jetzt ein... Digga... Nee. Erster. Fuck it. Ja, jetzt hat's... Lohnt sich's einfach um. Nee. Fuck it. Und... Und, 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 und... Nein. Doch. Rappen. Wer? Miss. Amor. War da was? Hm. Mach ich einfach Bounce da hoch. Aber ein bisschen niedriger. Oder so Bounce. Ja. Okay, der geht dann. Nee. Ja. Der ging eindeutig daneben. Hat man hier, ähm, gesehen. Dann sehen wir uns gleich zweite Runde. Gleich. Wenn das hier... Ja. Jetzt soll ich runden. Ja. Ja. Da sehen wir. Okay. Ja. Gegen Roast Times und gegen andere. Ah, diesmal kein Windschatten. Gut. Kann ich eben nicht ganz wieder auf normalen, äh, wie ist es auf Dings Rechnung fokussieren. Jo. Schieß doch mal. Amada-sa-sa. Amada-sa-sa. Oh. Okay. Hm. Äh, das Ziel. Ich mach mal. Races. So. Sehr schön. Äh. Nee. Nee, ich brauch irgendwie... Air Strike ist mir ein bisschen... Ach, ich sinkhole. Ach so. Ach. Das ist okay. Okay. Roast Times war ja leider Dings... geschützt. Okay. Oh, das ist geil. Wenn ich damit treffe. Ein bisschen stärker nur. Ja. Nehm. Ein bisschen höher und stärker. Ja. Das müsste klappen. Müscht du klappen. Müscht du klappen. Deh, deh, deh. Kannst hier jemand Müsstik-Nights? Kann ja sein. Oh, oh, oh. Ja. Gehen alle auf mich? Hey. Höhe. Okay. Jetzt... Sowieso komplett neu berechnen. Nämlich einfach den Roller. Guck mal. Mach ich ein bisschen hoch. Bisschen sch... Nein, hoch. Ein bisschen schwächer. So. Okay. Das müsste so klappen. Oh. Oh. Ach. Okay. Fokussiere ich mich auf Wurst-Type. Wow, okay. Eintre Berechnung machen. Was hab ich nicht so schönes? Ja, PayPal. Los. Hallo. Hallo. Okay. Iron-Plaesman. Für den... ... ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt ja die gehen extra mal auf mich warum was hab ich euch angetan da kann ich eh nix großes machen auch so viel da manchmal 80 873 ok jetzt sehen wir nach links und stärker ok oh man 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 ich dachte er geht auf ace sonst gehe ich auf ace kann nix machen ich bin in der blöde grube hallo ach so leiser konnte ich mich machen geht er nicht auf ace warte mal so das mal mit 65 ich ein bisschen stärker ach hey hey ok pro kms ja ja bis jetzt hab ich auch niemanden getroffen oder? muss er zwar mit meinem teammate fast ok los schieß doch ach was macht er ach der will plus da ne ha au ach neu berechnen aber eh nein ich weiß jetzt nicht ach man ach ich oh ne das ist zu stark mhm ok warum treffe ich heute nichts ich hab mein ziehwasser nicht getrunken ok ok los hm hm vielleicht sollte ich ne ne hab schon ne idee vielleicht sollte ich da weg oh Gott ok einer hat nein ok jetzt komm ich da nicht mehr weg ok hm hm ich es Okay. Alter, war das knapp, ey. Also. Okay, hä? Okay, komm. Man muss echt... Aber das ist ein bisschen zu stark, finde ich. Okay. Jetzt. Ich habe also... Ich gucke Glück. What the fuck? Oh. Untertitelung des ZDF, 2020